Mann, steh auf! Oh, oh, wess! Verdammt, scheiße! Lass mich mal, lass mich mal, lass mich... Mama! Mach du das da, ich kümmer mich, versuch mich, um den Rest zu kümmern. Ich weiß zwar nicht, wo der Rest ist. Wes! Scheiße! Oh nein! Ich hänge hier irgendwie! Ich hänge! Ich hänge! Hallo, ich... Oh Gott, ich hänge! Was gibt's? Warte mal! Ich hab mal eben so schnell... Oh Gott! Wieso? Ich kann nicht nur immer so halbwegs heilen, es tut mir leid, aber es geht nicht anders. Ach, das ist doch nicht wahr! Also, ich hab dich. Ja, ich hab dich. Ich hab dich. Ich hab dich. Was? Yeah! Ich hab dich! schwer! Alter. Piss! Okay. Oh, scheiße. Es ist doch nicht wahr, dass der so stark ist, dieser Uhl. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir schaffen das nicht, Leute. Wir schaffen das nicht, wir schaffen das sowas von nicht. Ich habe noch nicht mal mehr... Um... Woop! Okay. Um. Oh, ich bin das so langsam überhaupt nicht mehr lustig. Nein! Oh, nein! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Der darf mich nicht treffen! Wir hätten doch lieber die Isla nehmen sollen! Wir hätten die Isla nehmen sollen! Wir hätten die Isla nehmen sollen! Wir hätten die Isla nehmen sollen! Ah, willst du nicht springen? Was zum... Wo sitzt du denn hier? Oh! Sorry. Ja, der brauchte ja nur einen Schlag. Das war so klar. Wer ruft denn hier immer nach Verstärkung? Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Was zum... Scheiße! Oh, fuck, ey! Scheiße! Oh, fuck, ey! Scheiße! Puh! Der darf mich nicht nochmal treffen! Irgendeiner pustet hier immer nach... nach Dingens! Ich sag doch, dass das schwer wird. Oh, er. Oh, mit dem hatte ich jetzt gar nicht gerechnet. Oh, das war jetzt zwar nicht so geplant, aber egal. Oh, hallo. Oh, wow, 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 wow. Oh, 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 das sind so viele. Ey, ich muss mal kurz flüchten, ne? Ey, das sind... Er hat doch Angst vor Feuer. Wieso kämpft er denn da weiter mit mir, wenn er Angst hat vor Feuer? Oh. Ich brauche hier Feuer. Irgendwie so... Oh. Fuck, jetzt. Oh mein Gott, no. Das sind zu viele. Das sind zu viele. Das sind zu viele. Oh Gott. Sammel das ein. Alles, was wir da haben, einsammeln. Und los. Scheiße. Ich dachte, die wissen nicht, wo ich bin. Das ist gut. Der macht eh nicht lange. Leichter. Oh Gott, die suchen mich. Ich frage mich die ganze Zeit, wie ich es schaffe kann. Der hat mich. Wie ich es schaffen kann. Ähm. Das, äh. Oh mein Gott. Das, ähm. Ich will nicht sterben. Nein. Oh Gott, wer hat mich? Irgendjemand hat mich. Geh weg, du. Mensch, du blöde Kuh. Oh nee. Da, es wird immer wieder nach Verstärkung gerufen. Immer wieder. Geh weg, ey. Hier, ich hab die Schnauze voll von euch. Verdammte Scheiße. Verdammt. Ey, wir werden sowas von ab... Wir werden sowas von sterben. Oh. Ja, und schon wieder. Oh Gott. Der braucht nur einen Schlag, dann ist der weg. Oh Gott. Mama. Oh Gott. Ich kann hier nicht raus. Oh der Scheiße, ey. Der geht auch nicht. Ich weiß nicht, wie ich den kaputt kriegen soll. Ich weiß echt nicht, wie ich den kaputt kriegen soll. Ich weiß nicht, wie ich den kaputt kriegen soll. Ich weiß nicht, wie ich den kaputt kriegen soll. Aber ich weiß nicht, wie ich den kaputt kriegen soll. Ja, super. Das bringt nichts. Ich hab keine Dingern zu mir. Keine Pfeile mehr. Ja. Was? Au. 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 Och, ich hab doch gar nichts mehr. Da. Hier, schluckt das. Ihr Luder, so. Seid ihr zufrieden? Könntest du den mal da töten? Ich weiß nicht, ob du das... Und schon wieder nach Verstärkung rufen. Ja, sicher. Leck mich doch. Also, ich sag jetzt nur so, auf eure Tiere könnt ihr euch nicht verlassen. Die macht der kalt. Die macht ja sowas von kalt. Wir werden sowieso sterben. Ich kann gar nicht anders. Ich kann nur noch aufgeben. Ich hab jetzt noch einen Pfeil. Und habe noch so und so viele. Mein Tier schreit schon wieder um Hilfe. Schande. Lassd den in Ruhe. Warte. Warte. Das ist total un... dass der nur... Nutze die heruntergehängenden Eiszapfen, um Uhl zu verletzen und zu betäupen. Was? Wie soll ich das denn machen? Warte mal. Huh. Und wie bitte? Ja, da müsste ich aber gut treffen können. Ah, okay. Tauchen die denn wieder neu auf? Ach, nein. Ich glaube, ich habe den Trick raus. Ich habe den Trick raus. Ich habe den Trick raus. Oh mein Gott. Ich glaube, wir werden das doch noch schaffen. Oh, der ist ganz nah. Okay, das war nicht nah genug. Tauchen denn hier auch wieder welche auf? Nö. Da oben habe ich noch einen. Und ich kann eventuell kein Tier mehr erleben. zum Wiedererleben. Wiedererwecken. Wiedererwecken. Oh, das war zu früh. Komm her. Scheiße. Oh, oh, oh. Oh. Oh, oh, oh. Jetzt haben wir wieder hier. Oh. 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 Oh, das ist gut. Oh. 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 Wir schaffen das. Was? Ich wollte sagen, man kann Scheiß. Oh. Oh mein Gott. Wir haben ihn besiegt. Wir haben ihn besiegt. Ich glaub es nicht. Leck mich am Arsch, ey. Wir haben ihn besiegt. Okay, du hast ein Baby. Ey, erwarte jetzt nicht, dass ich jetzt Mitleid zeige. Das tue ich nämlich nicht. Denn das ist nämlich genau der Fehler, dass man Mitleid zeigt. Wir alle haben Kinder. Und wir haben auch alle Kinder verloren. Oder, also wir alle haben auch Kinder verloren. Oder Frauen. Oder... Ich nehm's mit. Ich zieh's auf. Kein Problem. Aber du gehst... Also du, du wirst sterben. Nein! Das, das ist, das ist, das ist scheiße. Das ist, das ist, das ist, nein, nein, mach das nicht. Mach das nicht. Mach das nicht. Ich nehm's mit. Ich nehm's mit. Ich nehm's mit. Ja, ich weiß ja nicht, was ihr habt. Es kann an dem Menschenfleisch liegen. Oder an... Ich nehm's gerne. Schlager. Ja, ich beschütze das. Das ist kein Problem. Oh, Schlager. Ja. Oh, Schlager, Barsch. Mensch, geh aufrecht, Junge. Äh, ja. Der Tod von Ul. Udam. Sieg. Äh. Sie macht sich da erstmal sauber. Ja, da wollte er das Kind mitnehmen. Ja, ich bringe Kinder anstatt Ohren. Ist das nicht, ist besser, oder? Die Ohren kriegst du auch nicht, Mädel. Die können nichts dafür. Komm! Ich höre jetzt gerade Musik im Hintergrund. Ich weiß nicht, was du hörst. Achso. Ihre Schreie im Kopf sind jetzt stumm. Evolution in Aktion. Na, geil. Ja. Boah, ich bin sowas von am Ende. Was? Sprichst du Sims? Wem gehört denn das Kind? Also, wo sitzt das Kind jetzt? Oh, hier haben wir auch ein Baby. Oh, und eine Brust. Ist wahrscheinlich bei ihm, oder? Doch nicht. Ich hätte gedacht. Es muss dagegen, wenn ich mir ein bisschen Fleisch klaue. Ich habe nämlich nichts mehr. Ja, mein Gott, nee. Da haben wir uns ja richtig schön gemacht hier. Guck, guck mal. Uki hat immer noch kein Haus. Dann wird es überleben. Ich frage mich, wer die alte ist, die eigentlich immer hier vor meiner Hütte hockt. Boah, guck mal, was ich alles verbraten habe. Nein. Jetzt müssen wir gleich erstmal genug Pflanzen wieder sammeln unterwegs, damit wir unsere Tiere wieder retten können. Was ist da so viel? So weit entfernt. Ja. Jetzt können wir dann demnächst dann noch auf dem Weg noch hier so ein paar Sachen erledigen. Das müssen wir auch noch frei machen, hier die zwei. Das wollte ich aber zuletzt aufsparen. Mache ich mir jetzt gleich... Das mache ich mir jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Die mache ich jetzt. Also das mache ich jetzt das nächste Mal. Das heben wir uns für später auf, hier die Dinger hier ganz. So, dann machen wir das hier erst. Zack. Und dann kümmere ich mich um die. Und dann mache ich das hier. Also das. Und das. Ja. Ich habe keine Fähigkeit dafür gekriegt. Das ist ja ungeheuerlich. Ungeheuerlich. Ungeheuerlich.